In diesem Film zeigen wir Ihnen die Grundfunktionen der 830. Sie finden alle nötigen Informationen zum Betrieb Ihres Näh- und Sticksystems in den Anleitungen dieser DVD und der Bedienungsanleitung. Um Ihnen die Funktionen und Möglichkeiten der 830 zu zeigen, werden wir eine tolle Tasche nähen. Die Anleitung für die Tasche finden Sie auf der Website der 8. Serie www.bernina8series.com. Stecken Sie das Stromkabel ein. Kabel an der Maschine einstecken. Garnrollenhalter auf den Metallstift setzen und graue Abdeckung entfernen. Wenn gewünscht, kann der Halter nach rechts geschwungen werden, bis er einrastet. In der normalen Position kann zwar problemlos genäht werden, herausgeschwungen ist aber die Übersicht und der Zugriff auf die Rollen besser. Ziehen Sie die Teleskopstange aus und drehen Sie die Segmente, bis sie einklinken. Setzen Sie das Freihandsystem in der dafür vorgesehenen Öffnung ein. Mit dem Kniehebel kann der Nähfuß gehoben oder gesenkt und gleichzeitig der Transporteur gesenkt werden. Mit dieser zeitsparenden Funktion bleiben Ihre Hände zum Halten und Führen des Nähguts frei. Schliessen Sie das Fusspedal an. Durch Antippen des hinteren Bereichs des Fusspedals mit der Ferse kann die Nadel gehoben oder gesenkt werden. Jedes Antippen ist eine halbe Stichbewegung. So lässt sich die Nadel exakt platzieren. Legen Sie beim Nähen den ganzen Fuss aufs Pedal. Der runde Mehrfach-Garnrollenhalter mit integrierter Fadenführung fasst drei große und kleine Garnrollen. Legen Sie den Faden in den speziellen Fadenweg ein. Auf dem Bildschirm erscheint eine animierte Anleitung. Per Tastendruck wird der Einfädler aktiviert und die Nadel automatisch eingefädelt. Kein mühsames Zielen ins Nadelöhr mehr. Auf der Greiferspule hat 60% mehr Faden als auf herkömmlichen Spulen Platz. Die Greiferspule mit den silberfarbenen Markierungen nach Form zeigend auf den Stift setzen. Die Spule kann nicht falsch aufgesetzt werden. Die Greiferspule lässt sich einfach und schnell füllen, selbst während des Nähens. Sobald die Spule auf den Stift der Spulvorrichtung gesetzt wird, erscheint die animierte Anleitung. Alle Funktionen und Tasten sind vorne angebracht und somit leicht zugänglich. Unterfaden in die Führungen legen, dann ein paar Mal um die Spule winden und Fadenende abschneiden. Zum Aktivieren des Spulvorgangs das Symbol mit der Spule drücken. Sie können die Fadenmenge wählen und die Spulgeschwindigkeit erhöhen oder senken oder mit X den Spulvorgang stoppen. Wenn Sie den Spulbildschirm mit X verlassen haben, aber dann doch noch mehr Faden aufspulen möchten, drücken Sie einfach das Symbol Setup. Dann Greiferspule unten links und der Spulbildschirm erscheint wieder. Spule wegziehen und den Faden über den Fadenabschneider ziehen. Nach dem Öffnen der Greiferklappe schwingt der Greifer heraus und die Greiferspule kann mit den Markierungen nach vorn eingelegt werden. Faden in den Schlitz ziehen und abschneiden. Klappe schließen und der Greifer schwingt zurück. Schon wieder nähbereit. So einfach und schnell. Der Anschiebetisch bietet eine weiträumige, stabile Unterlage mit nützlichen Markierungen als Führungshilfen. Nach rechts auf den Freiarmschieben, bis er einrastet. Setzen Sie für akkurate Stichreihen bei Bedarf zusätzlich den Kantenanschlag ein. Der Anschiebetisch kann einfach per Tastendruck gelöst und dann weggenommen werden. Die Nadel lässt sich schnell mit dem Spezialschraubenzieher aus dem Zubehör herausnehmen. Nadelhalterungsschraube lockern und Nadel herausziehen. Neue Nadel bis ganz nach oben schieben und Nadelhalterungsschraube wieder mit dem Spezialschraubenzieher anziehen. Typ und Stärke der eingesetzten Nadel können in der Nadelinfo gespeichert werden. Damit können Sie vom Bildschirm ablesen, welche Nadel Sie gerade verwenden. Drücken Sie Setup, dann Information, um zur Nadelinfo zu gelangen. Wählen Sie Nadeltyp und Stärke der eingesetzten Nadel und bestätigen Sie mit dem grünen Haken. Beim Einschalten der Maschine erscheint nun jedes Mal der gewählte Nadeltyp unten links auf dem Begrüßungsbildschirm. Wenn wir gerade im Setup sind, dann drücken Sie auf das Symbol Näheinstellungen. Hier können Sie die Vernähstiche jeweils den verschiedenen Anwendungen entsprechend und benutzerdefiniert programmieren. Gehen Sie zur nächsten Seite. Mit der externen Taste Automatische Vernähstiche am Ständerkopf können Sie die persönlichen Einstellungen vornehmen. Sie haben die Wahl zwischen den zwei Vernähstichsequenzen an Ort oder Geradstiche mit je drei bis sechs Stichen. Zusätzlich können die Fäden nach Belieben an Ort und Stelle vernäht und abgeschnitten werden. Es kann auch programmiert werden, dass die Fäden vernäht und gleich abgeschnitten werden, indem einfach die Fadenabschneidertaste am Ständerkopf gedrückt wird. Einstellungen mit OK bestätigen Setzen Sie den Nähfuß 4D schnell und einfach ein. Einfach über den Konus schieben und den Hebel herunterdrücken. Die Bernina 830 verfügt über eine einmalige und sehr praktische Funktion, die Nähfußerkennung. Diese nützliche Funktion weist darauf hin, wenn der eingesetzte Nähfuß nicht mit dem gewählten Stichmuster kompatibel ist, das heißt, wenn die Nadel auf dem Nähfuß aufschlagen könnte. Dazu muss aber der verwendete Nähfuß in der Nähfußerkennung eingegeben sein. Zur Nähfußerkennung gelangen Sie über das Symbol Nähfüsse oben links. Es erscheint ein Spezialbildschirm. Je nach eingesetztem Nähfuß erscheint eine Auswahl an Nähfüssen. Einfach auf das Symbol mit dem entsprechenden Nähfuß drücken. Wählen Sie 4D und bestätigen Sie mit OK. Der Bildschirm schließt. Im Bildschirm wird der Nähfuß links oben angezeigt. Im Stichmusteranzeigefeld wird der Problembereich, in dem die Nadel auf den Nähfuß schlagen würde, grau angezeigt. Die Nählinie rot. Verschieben Sie nun die Nadelposition nach rechts oder links, bis sich die Nadel aus dem grauen Bereich bewegt hat und die Stichreihe blau angezeigt wird. In der freistehenden Zubehörbox lassen sich die Nähfüße und Greiferspulen unterbringen. Das modulare Einhängesystem kann selber eingerichtet werden. Weiteres Zubehör findet in den Schubladen Platz. Die Zubehörbox kann auch an die Wand montiert werden. Die Bernina 830 bietet eine breite Auswahl an Nähfüßen. 1c Rücktransportfuß für alle Vorwärts- und Rückwärtsstiche 1d Rücktransportfuß für den Bernina Dualtransport 2a Overlockfuß 3a Automatischer Knopflochschlittenfuß 3c Knopflochfuß für manuell programmierte Knopflöcher 4d Reißverschlussfuß für Bernina Dualtransport 5 Blindstichfuß 18 Knopfannähfuß 20c Offener Stickfuß 40c Quertransportfuß 4 Greiferspulen bzw. 5 mit der bereits eingesetzten Touchpen Bernina Stichregulator für gleichmäßige Stichlängen beim freigeführten Nähen Weiteres Zubehör besteht aus Standard-Nadelsortiment 130-705H Pfeiltrenner Spezialschraubenzieher zum Nadeleinsetzen Pinsel Kantenanschlag Manueller Einfädler Höhenausgleich Vielzweckwerkzeug zum Einstellen der Greiferspannung Entfernen der Serviceabdeckung und als Hilfe beim Einfädeln des Greifers Verstellbare Führungen Fadenablaufkone Antivibration Adapter für das Lupenset Biesenzubehör Garnrollennetz sowie weiteres Zubehör wie in der Bedienungsanleitung aufgeführt Öler Pinzette Draht einfädler